Hallo zusammen und weiter geht es hier bei Minecraft. Ja, in dieser Folge geht es darum, dass wir uns endlich mal wieder so eine Frame-Cry bzw. so etwas ähnliches aufbauen. Ja, genau. Da werden wir uns jetzt mal ein paar Sachen organisieren. Und zwar haben ja viele gesagt, ich soll das mit dieser komischen Mining-Welt machen. Ich weiß nicht, wie ich finde. Hier diese Mining-Welt. Soll ich das machen? Also, dass die Runterpult dann abbauen und so. Das kennt ihr sicher schon aus anderen YouTubern. Da habe ich mir ein paar Videos mal angeschaut. Um mal kurz zu schauen. Dafür werden wir Bildkraftenergie brauchen. Deswegen schaue ich hier kurz, ob wir hier wo noch gemütet haben. Ja. Das alles läuft. Dann baue ich das halt auch mal. Aber ich werde das nicht so wie die anderen YouTuber alle mal gleich bauen mit Turtles und so. Sondern ich will das mal anders bauen. Soll ja ein bisschen anders sein. Nachbauen 1 zu 1 will ich nicht. Hier werden das mit... Ah ja, hier habe ich noch diesen Ghost-Block mal getestet. Den macht man aus diesem komischen Zeug da. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Das macht man voll dämlich aus. Rot, dann Grün, Gelb und Insek oder Schwarz und Dört in der Mitte. Oder Sand. Und dann bekommt man eben das hier raus. Und das kann man nochmal vervielfachen, indem wir hier Rottenfleisch rein tun und eine Stufe. Und dazu angeordnet bekommt man zum Beispiel einen Ghost-Block. Was der macht, habe ich hier schon mal gemacht. Weil hier haben wir unsere Tafel. Da wir dann später... Wo wir dann später die Sachen aktivieren und deaktiven können. Und wir gehen hier einfach durch die Mauer durch. Also der Ghost-Block macht nichts anderes. Man kann hier durch die Mauer gehen. Ihr seht hier gar nichts. Ja, man sieht es vielleicht ein bisschen an der Textur, dass ihr ein bisschen unterschiedlich ist. Aber genau hier und hier, da sind zwei Ghost-Blocks und da kann man durchgehen. Ihr seht, das sind so Blöcke, wo man durchgehen kann. Deswegen heißt der auch Ghost-Block. Monster gehen hier nicht durch, weil für die ist das eine normale Mauer, wo sie nicht durchgehen können. Wir können durchgehen. Und da gibt es noch einige andere Sachen, die wir noch erforscht werden, beziehungsweise erbauen werden. Aber wir gehen mal zu unserer anderen Arbeit, was ich mir überlegt habe. Da können wir das i weg tun. Und zwar, was wir brauchen werden, sind mal Blockbroker. Da sollten wir ja einige haben. Oder Deployer. Wie viel machen wir in einer Reihe? Ich mache mal 10. 14, 1, will ich noch haben, machen wir mal 15. Ja, es ist auch noch richtig Gas geben, mal die ganze Anlage. Und dann Block, also ich habe den Tatenbogen schon nicht voll Pfosten. So, äh, falsch. So wollte ich das haben. 15, Blockbroker brauchen wir auch dazu. Und wir brauchen 15 mal Mining Valley, das wird jetzt natürlich etwas schwieriger werden. Die habe ich nicht als Rezept drin, weil ich daran nicht gedacht habe. Also Eisen, Zahnrad. Die haben wir als Rezept. So, dann war hier Eisen. Oben, die da, da kann ich auch gleich 15 Kräften brauchen, werden wir sie und Redstone Badass machen. Äh, Redstone hier. Okay. Das habe ich falsch gemacht. Achso, die Spitzhacke und Redstone gehört umgetauscht. So, meine Quelle. Zack, siehe da, 50 Stück. Gut, haben wir auch schon 50 Stück. Ja, das geht ja ziemlich ratzfatz voran. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Frames. Denn das Ganze soll sich ja bewegen. Hm, ich weiß nicht, ob wir das mit diesen Redstone Tube Frame machen. Oder mit den, nee, das passt schon mit der Redstone Tube Frame. Dann brauchen wir noch diese Panel oder Covers. Oder wie heißen die jetzt? Aber ja, vor allem die zu, ne? Die, die da bauen wir. Das sind die Panels, die Covers. Aber Benders haben wir vielleicht auch brauchen, ne? Wir brauchen auch mal mit. So, was haben wir noch alles brauchen? Überlegt mal, überlegt mal. Hm. Also, ihr wisst, ob ich schon, was ich bauen will. Wir brauchen noch. Ist das jetzt eine Energy-Tessarek? Die brauchen wir Liquid-Akt, wenn wir nicht brauchen. Dessere können wir dann noch eine zweite brauchen. Dann müssen wir auch noch eine craften, weil mit einer werden wir da nicht hinkommen bei so vielen Mining-Vers. 100-Megajoule, na ja, okay. Dann müsste es die Fahrt ausgehen. Voi-Motor brauchen wir noch. Da haben wir auch noch welche, ne? Voi-Motoren. Dann brauchen wir noch dieses Redstone, also. Genau, und hier habe ich eingefügt eben Minus-Receiver und Transmitter und dafür brauchen wir die Enderburn. Da kommt dann auch nochmal ein großes Projekt, aber wie gesagt, manchmal ein anderes Projekt zwischendrin. Ja, okay, bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Hatte nur ein, naja, unwichtiges Telefonatgespräch. Also nichts Wichtiges. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich wollte noch ein paar Sachen holen. Zwar, wir bauen noch das hier ein bisschen. Und, hm, nein, Schalter wäre nicht schlecht noch. Zum Testen. Ein Lever. Ja, zwei geht auch. Und, ja, was brauchen wir noch eventuell? Stein oder sowas zum Bauen. Dann mal ein bisschen Cobblestone. Also, so wollte ich schon sagen, haben wir kein Cobblestone mehr oder wie? So, dann haben wir alles. Dann geht's auf in die Mining-Welt. Mining, genau. Wir bauen das einfach hier hin. Ah, Portalgun. Haben wir die mit? Klar haben wir die mit, gut. Da haben wir ja blau, passt, damit wir drüben gelb schießen. So, wir haben ja hier, weil die alte Form querby. Wir bauen uns hier wieder was auf. Da haben wir schön hoch, ne? Wenn wir hier auf der Map schauen, in die Richtung kommt da hinten wohl mal Wasser, aber dafür haben wir einfach drüber und fertig. Kack Regen geht mir auf den Sack ein bisschen. So. So, die Musik ist jetzt auch nicht gerade das, was ich mir wünsche. So. Aber hier mal ein bisschen gerade mal. Da komm. Wir haben ja jetzt hier. Weil es kein Mensch momentan, aber egal. Da machen wir mal eine gerade Fläche, damit wir mal hier eine Ausgangsposition haben. So. So. Da, da, da. Mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, dreizehn. Oh, ich, zu weit. Vierzehn und fünfzehn. Also so groß wird das, so ein Query. Und anfangs ein Query. Etwas groß, ne? Aber egal. So, dann mal zwei Höhe, damit wir wirklich über alle drüber kommen. Ich denke, man ist schon hoch genug. 100, 102, ja. Lieber etwas höher bauen, das ist zu wenig. So. Hier einmal die Frames. Das wird dann, oi. Sozusagen unser Tod werden. Ne, unser Anfang. Dann machen wir uns gleich noch. Zwei raus, brauchen wir sicher. Ein bisschen mehr Platz hier. So, aufpassen, wenn wir nicht runterfliegen. Weil das, ja, das Jetpack hier ist ja nicht schlecht. Aber es ist halt nicht wirklich so ein elektrisches Jetpack wie gewohnt, ne? Man beschleunigt ziemlich schnell. Der hüpft so weit. Kann man nicht weiß einstellen, aber ist halt nicht alles so einfach. So, jetzt ist die Frage, wie wir das Ganze hier aufbauen. Ich brauche hier einfach mal ein paar Blöcke, es bringt nichts. So, ein bisschen ein... Stehplatz. Ach, ich meine, wo das Ding hier Jetpack geht. Wie gesagt, es ist ja gut, aber... Ich weiß, ich könnte Flycontrol einschalten. Also, jetzt habe ich Nachtix abgeschaltet. Okay, das hatte ich ein, wusste ich gar nicht. Warum ist das Flycontrol on? Nee, das hat nicht so. So. Gut, dann schauen wir mal. Wir brauchen hier Blockbreaker und Deployer, ne? So, doch auch mal weg hier. Mal davor, die brauche ich auch nicht so. Einfach mal testen, also einmal ein Deployer und einmal Blockbreaker, den Blockbreaker, der müsste eigentlich obendrauf dann, ne? Wobei, wir könnten ja einfach den Deployer hier reinsetzen, können wir den Blockbreaker viel einfacher obendrauf setzen. Äh, und zwar, so, geh runter hier. So, genau. So müsste das sein. Und... Hier vorne... Ah, jetzt wird Nacht, blöd. Jetzt haben wir keine Starne. Dann machen wir halt... So, dann ist wieder Dark. Beziehungsweise, wir sehen wieder was. Dark ist nicht, aber wir sehen was. So, das heißt, hier wird dann sozusagen die Mining-Welt platziert. Das Mining-Welt, die Mining-Welt. Mining-Welt, so. Und hier vorne kommt dann unsere Energieversorgung. Die kommt hier vorne gelegt. Und hier müssen wir eben dann darauf achten, dass wir wirklich überall diese Subot-Vibes haben. Mh, diesen Dings ist wieder blöd mit diesem. So, Subot-Vibes hier hin. Hier. Und hier müssen wir jetzt drauf achten. Warten mal, das ist der Deployer, das passt. Da müssen wir jetzt zwei Lines haben, ne? Wir müssen ja einmal platzieren und einmal... Mh... Ich muss hier nur überlegen, wie wir das am besten handhaben. Da wäre ja gut, wenn wir hier normale Tubes hätten, keine Redstone-Tubes, ne? Kann man die wieder irgendwie zerlegen? Ne, leider nicht. Aber wir haben in unserem System noch welche normalen, soviel ich mich erinnern kann. Äh, wo ist denn der Remote-Oderer? Hier ist er. Na ja, mit Schwert, wenn wir nicht weit kommen, äh... Tubes. 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 4. Nicht gerade das, was ich mir erwartet habe, aber zum Testen wird das reichen. Äh... Keine Übersicht mehr nehmen wir da, so. Vier Stück. Ja, Schlüssel bleibt da, ich brauche ich. So, und hier habe ich mir gedacht, so, so und so. Das heißt, der Blockbreaker bricht den Block und macht ihn automatisch wieder in den Pläuer rein. Das passt so. Problem bei der Sache wird sein, dass wir hier dann solche Covers drauf machen müssen. Und hier das ganze Spiel einfach nochmal machen müssen. Und wie werden wir das jetzt... Das hier vorne, das wäre eine Möglichkeit, ja. Das heißt für uns jetzt, einmal hier die ganze Reihe weg von den Frames. So, tak, tak, tak. Und hier kommen dann alles die Deployer rauf. So, besser nach unten, so. Zack. Alles die Deployer, damit die Mining Wells alle, ja, platziert werden, sozusagen. So. So. Genau. Und jetzt oben drauf, müssten wir hier überall, das mal einen Block machen. So. Das ist gar nicht so einfach mit diesem Fly-Control, wenn man doch ziemlich schnell beschleunigt. So. Da war ja fast besser die Chestplate. Die würde mich jetzt besser gefallen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne. So. Dann drücken wir wieder haus und zack. Zack. Falsche Taste wieder. Zack. Mal aufpassen, wenn wir die nicht falsch platzieren hier. So. So. So, du weg hier. Und hier unten lieber noch eine Plattform machen. So. Zack. Und zack. Und zack. Und hier auch noch ein. Komm. Zack. So, jetzt hätten wir das geschafft. Schaut irgendwie brutal aus. Aber kann man nichts machen. Muss so sein. Die alle kommen weg hier. Ich sagte, ich brauche das ein bisschen anders, dass wir die anderen, weil ich will ja nicht alles eins zu eins nachmachen. Das ist eine. Auf sowas stehe ich nicht. So. Und dann brauchen wir ja dieses Subod-Folmes und wir brauchen noch die anderen Folmes. Ja nicht die Folmes, die Pneumatik-Tubes. Ich denke, wir haben zu wenig Folmes. Aber das werden wir ja dann gleich mal sehen. So. Tubes. Dann nehmen wir ja gleich ein Stack. Dann haben wir das. Und das sind Wetzt und Tubes. Wetzt und Tubes sind momentan ziemlich blöd hier. Weil das nicht funktioniert, wie ich das dann will. So. 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 sonst baut er das ab und wieder auf gleichzeitig das natürlich auch doof vielleicht das anders machen so wollte ich das auch nicht haben blödsinn hier so guter und wieder hier ich hoffe dass das wirklich so klappt ich mir das gerade vorstelle ich denke das wird schon so funktionieren wenn nicht dann müssen wir selbst wieder umbauen so und wieder so das dauert ein wenig nach wenn nicht etwas zu lange so ja momentan bin ich auch ziemlich viel beschäftigt wegen öffentlichen server weil wir machen einen komplett neuen mit vielen mods also dieses mal haben wir uns einen root zugelegt also da kann man auch mehr mods und so weiter drauf tun der weile sind wir irgendwas bei 95 mods die jetzt schon auf dem server sind das kann man noch ein paar mehr und vor allem sind sehr viele neue mods die ich selbst noch nicht kenne also das freut mich schon sehr drauf ich werde dort auch dann noch ein let's play starten also wahrscheinlich let's play together oder so mal gucken und jeder der war es halt dabei sein will kann dann auch auf dem server spielen dazu kann man sich dann im forum einfach bewerben und kann dann ab und zu mal das jetzt leben mitmachen je nachdem wie ich halt lust und laune habe ich werde nicht immer zu gewissen zeit des plämer sondern ich mache das immer wenn ich lust und laune habe kann man sich dann einfach ein forum bewerben links zum forum müsstet ihr alle schon kennen oder in einer beschreibung immer verlinkt der link ist verlinkt das passt so schaute schon ziemlich ja nice aus hier ziemlich brutal groß und zur weiterheit so jetzt kommt dieser reihe weg so war doch weg da denn hier müssen wir jetzt die selbe jetzt dort jubs machen ich hoffe dass die nicht irgendwie konnten da so wie ich mir das normal nicht so die brauchen wir dafür dass die alle ein signal bekommen sozusagen die ersetzen uns das west do so aber das war wieder zu tief nach mir nur die reines loch so dann sind die alle hier und hier müssen wir das gleiche spiel noch mal machen ach ich will mir gleich die gespläten kräften weil die gefällt mir besser jetzt aber ja da ist weg jetzt tun was haben wir hier hier haben wir auch nicht schreiben ja ich krieg mir anfang haben wir da mal gleich werkzeug schauen das gefällt überhaupt nicht sagen jetzt machen wir das ganze anders so holen wir uns das alte jetpack mit dem klappt wenigstens so halbwegs da hast du erfreut mich besser naja passt gut ja funktioniert ich habe gesagt wirst du tubs oder kommen hier hin und zuerst die leitung legen die leitung ist dafür da dass der nach mir nur immer diese löcher überall das ist echt katastrophal wenn man damit auf dem baum bauen will natürlich auch nicht schon wieder reingefallen hier ins loch es hat natürlich blöd wenn man hier mitten im baum baut auf dem baum nicht wahrscheinlich nicht der idealste platz so herum zu klettern sagt man ja eigentlich immer den kindern auch schon klettert nicht auf bäumen könnt runterfallen was machen wir beklettern auf dann danach oben und hier noch mal genau dasselbe spiel in mit dieser folge ist so und hier müssen noch mal normale folgt hin damit sich das alles schön verbindet also das wird ja ein monster teil hier ich weiß mit dir jetzt viel einfacher und schneller aber ich will das nicht so wie alle anderen ich will das spezial bauen so nach meiner bauweise so das funktioniert das funktioniert auch was nicht funktioniert ist das hier weil die müssen auch noch verbunden werden hier aber jetzt weiß ich was ich noch vergessen habe ich denke mal ihr wisst das oder da schaut ja alles gut aus aber 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 wohin gehen die items das habe ich jetzt vergessen da brauchen wir noch items auch noch deswegen wird das wahrscheinlich so nicht funktionieren wie mir das gerade vorgestellt habe natürlich doof ich dachte ja so schön um zu sein ich kann ich das jetzt bauen damit die items kurz überlegen da habe ich nicht bedacht dass ich ja items auch noch habe so wird es ja einwandfrei funktionieren nach meinen plan aber ich habe ganz vergessen dass wir hier noch die kisten oder sowas machen müssen wo die items reingehen kann man das eigentlich so und zieht das runter das ist natürlich doof das geht nicht weil wir haben nur drei seiten zur verfügung außer links und rechts aber das geht natürlich auch nicht da haben wir nur jedes zwei jeden zweiten block das will ich ja auch nicht natürlich mehr sie doof jetzt doof 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 ja da muss ich mir ich glaube was überlegt das wird so nichts werden ich habe zu wenig daran gedacht weil er jetzt hier sitzt bekommt er alles außer ja keine ahnung ehrlich wenn ich das jetzt machen sollte hier oben der blogger müsste weg dann hier oben kisten die haben nur ein deployer kurz was gucken nicht das dann so machen dass ich mir leider fällt mir gerade auf die schnelle gar nichts ein ich denke mal ich werde offline oder vielleicht habt ihr noch ideen wie gesagt ich würde es auf alle fälle nicht mit der das machen ob es nicht mit der das machen weil das kann jeder ich wollte hier mal was anders machen das kann ich anscheinend auch nicht ich werde mir das schon sicher was einfallen lassen und ich das am besten nachher ja noch was einfallen also wünsche euch viel spaß vielleicht habt ihr auch ideen schreibt das in die kommentare und ja wir sehen uns im nächsten video also ciao leute bis da ja ja